Ja, es ist hier alles recht trocken. Alter, er hat es eben richtig hier. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem unglaublichen trockenen, sonnigen Video. Hier ist mein Ramsey Ersatz Kusi. Guter Mann. Heute werden wir mal eine kleine Runde, also unser Taxifahrer Clara und Flo. Heute werden wir mal eine kleine Runde abfahren. Alter. Und zwar ist am 17.2. eine Demonstration der Bauern. Und da würden wir ganz gerne teilnehmen. Und da Straße irgendwie blöd ist, werden wir uns da irgendwie ranschleichen. Über die Lände und so. Und da so ein bisschen... ...mit dabei sein. Ich gehe mal davon aus, es hat jetzt schon ordentlich geregnet. Dass wir heute so halbwegs trocken bleiben und dass der Innenraum von irgendwelchen Flüssigkeiten verschont bleibt. Natürlich kann man wie immer nichts versprechen, aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Ja, hier nochmal Kusi im Spiegel. Der gute Mann. Hat seinen edelsten Zwirn angezogen und hat sich auf eine fast nahe neue Canon Renegade 1000 positioniert. Alle blitzeblank, sauber, sieht gut aus. Ich mach nachher mal noch ein Endvideo. Wie er aussieht heute wieder ankommen. Ich denke mal unverändert. Die Relle geht. Die sah heute auch noch anders aus. Oder was sagst du dazu, Chevy? Nein. Richtig. Das wird bestimmt heute eine äußerst ruhige Veranstaltung, die zum Teil auch ein bisschen staubig werden kann. Tja. Ansonsten hier mit meinem Autochin ist es halt in Ordnung. Sieht schlimmer noch aus wie scheiße, aber das wird heute auch nicht so viel ändern. Naja, es ist hier alles recht trocken. Nein. Oh, jetzt. Das ist okay. Alter, ich fahr 26. Guck mal. 26 kmh. Ja, ja. Ja, bis jetzt hier hin oder? Du hast hier gefunden, irgendwie. Huch. Ist doch ein bisschen komisch hier alles, aber naja. Aber ich muss sagen, olle Kruse hält sich wacker. Also auch rein abstandstechnisch zum Maverick. Sieht halt ganz gut aus. Aber ich glaube, so einen Haufen hat er noch nicht abgekriegt. Ich reiß mich auch echt wild zusammen. Ey, jetzt ist alles überschwemmt, Junge. Überall wo du hier kriegst. Total krass. Also, ich habe hier in den ganzen Jahren noch nicht so viel Wasser gesehen, wie in diesem Jahr. Ja. Krass, ey. Wahnsinn. Warte. Haut hin alles, ja. Kann mal sehen. Olle Kruse. Unser Rennsiehersatz. Hat er auch ein adäquates Fahrzeug. Auch noch etwa. Oh nein, scheiße. Hier sind wir erst mal gestrandet. Hier trauen wir uns nicht durch. Alter. Wenn jemand die grassen Abo aufgeruppt ist, dann steckst du ihn direkt drinnen. Das ist ein Auto. Oh. Ja. Ja, ja. Ja, nochmal. Das war an der Umstände nicht ganz so klug. Aber das muss man überraschen. Alter. Okay, Augen zu. Ja. Sehr schön. Ja. 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 Ich kann auch, ja. 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 Ich kann euch das ein bisschen nachvollziehen. Oh, hier ist es... Hahaha Der kommt doch nicht durch, das kann ich dir jetzt schon sagen, niemals, nie in diesem Leben nicht. Alter, wenn es hier schon so ist, dann wisst du, was da hinten ab geht, Baby. Ja. Kannst du dich ganz vorm erwarten, der wird schon weg. Ah, ja, aber nicht mehr jetzt. Irgendwann. Der macht das nicht ernst. Ja, 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 ja. Jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Ja. 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 Was ist das? Okay Alter Schwede Hast du einen richtig gemacht? Oh ja Alter die Renne geht Die sah heute auch noch anders aus Diese Lampen sind komplett dicht Alter mein Kennzeichen Ist der auch noch da? Wow Scheiße Oh mein Gott Oh 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 Da hat sie ihn noch festgefahren Oh 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 Alter krass Oh 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 In diesem Sinne Die Strecke am 17. werden wir noch mal überdenken. Hörst du mich noch, Baby? Nicht mehr? Gut. Hier ist mal ein Spendenaufruf zum Autowaschen an der Sache. Ich brauche unbedingt Reinigungsmittel. Aber ich glaube, ich habe noch was. Lass den Daumen-Video noch oben da. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... ...Leugge. ...Ich glaube, ich glaube, es ist ein Schwimmer. Ich bin ein Schwimmer. ...ein Schwimmer. Ich sehe so singen.